Wir starten rein in die Welt-Arena. Oh, okay. Ich glaube, ich weiß, was er spielt. Ah, Tian Lang. Ah, Tian Lang countert das Ganze komplett aus. Gut, da ich nicht so in die Richtung weitergepickt habe. Alter, das countert den komplett aus. Oi! Oh, wow. Okay. Machen wir das? Weißt du was? Wir machen das. Für den Siemer. Ich habe keinen Bock auf den Siemer. Okay, gut. Haben wir bekommen. Hay Gang ist danach dran. Wenn ich das mache, haben wir ein Problem. Deswegen mache ich es nicht. Okay. Kriegen wir einen Stunt vielleicht auf den? Ah, schade. Alles okay. Oh, er geht auf Ischir. Ja. Ist auch das Beste, was er machen kann. Ja, okay. Kriegen wir Dings? Okay. Ah, der cuttet. Scheiße. Ah, widerstanden. Sehr schön. Hat widerstanden. Das ist gut. Das ist sehr gut. Spreadet den Dreck. Okay. Kriegen wir hier einen Stunt? Schade. Schade. Kriegen wir einen Pushback? Okay. Ja, das mache ich jetzt. Auch wenn der ist okay. Der Glancing und Dings. Komm schon. Glancing und Karma. Natürlich kriegt er einen Deathbreak. Natürlich kriegt er einen Deathbreak. Okay. Wir buffen den. Kann man hier, kann man da, kann man hier, kann man da, kann man, kann man, kann man hier neu. Okay. Kriegen wir einen Stunt. Okay. Freeze den Rest da, bitte. Vor allem, okay, die Ablängszeit haben wir das gut. Er ist dran, ne? Ja, er ist noch auf Cooldown. Aber ist okay. Ja, das ist fine. Können wir den killen? Auf was? Wie viel Ablängszeit wird der denn gedingstet? Ich weiß es gerade gar nicht. Wird auf Max Ablängszeit gedingstet? Alter, der macht mich fertig, Alter. Okay. Ja. Spreadet das. Okay. Der hier, der so lobt mich. Holy shit, Alter. Wer gibt den besten Ruhnen? Nee, Blick, Alter. Alter, der ist voll bulky. Das irritiert mich gerade, dass der so tanky ist. Holy shit, Alter. Okay, krass. Parterre, Alter. Okay. Auf Parterre, da bin ich jetzt mal gespannt. Wenn der wieder progt, ist Gianna wieder insta-dead, Alter. Habe ich keinen Bock drauf. Aber ich glaube, ich muss den bannen. Ja, ich muss den bannen. Okay. Hat sich eh erledigt. Okay. Okay. Naja, schauen wir mal. Okay, er macht nichts. Sag ich mal. Das Problem ist, ich sehe gerade, dass der Sagar dazwischen mogelt. Ja? Der Sagar zwischen mogeln tun. Ja? Okay. Das war abzusehen, dass er das nicht macht. So, jetzt den da reset. Jetzt die Frage. Und ich bin echt noch trotzdem zu langsam, mehr oder weniger, ne? Das ist schon krass, ey. Können Sie sich halt auch mal geben. Trotzdem irgendwie zu langsam. Noch. Ja, das ist schon krass. Aber okay. That's the life, ne? That's the life, so. Okay. Okay. Ja, das ist halt egal. Der kann nichts machen. Mhm. Ich mich jetzt frage, macht der das trotzdem? Echt? Krass. Okay. Okay. Habe ich irgendwas getroffen? Keine Ahnung. Gut, dann kehren wir erst mal dat da weg. Okay. Ich glaube, Miles ist ein großes Problem, ne? Das siehst du halt im Guardian auch wieder gar nicht. Also Miles ist auch wieder so ein Otto. Den siehst du im Guardian-Bereich absolut null. Ist halt auch schon wieder irgendwie funny, ne? Dass man den halt, gerade den, den siehst du nicht. Den sieht man halt nicht. Ist schon funny, ey. Ich muss es halt irgendwie machen. Auch wenn ich nicht auf Qual bin. Okay. Na. Können wir den killen? Oh, hätte ich das... Ja, wäre echt lieber auf den gegangen. Da war ich zu greedy wieder, hä? Ne. Da war ich wieder zu greedy, ey. Oh, wenn sie jetzt noch einmal überlebt, wäre geil. Okay, sie überlebt. Ha. Aber es reicht halt leider nicht. Schauen wir mal. Er ist auf Swift, aber er wird nicht schneller sein als so manch anderer hier. Das glaube ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Ja, also, heygang ist am schnellsten, ja. Das war abzusehen. Okay. So, sie ist nicht auf Qual. Er auch nicht. Treff, bitte. Ah, du Lutscher. Ah. Du Lutscher, ey. Warum tust du mir das an? Okay. Okay. Nette da. Nette Prog. Nette Prog. Hat aber nicht so ganz so viel gebracht. Er lebt immer noch. Oh, mein Gott. Oh, er macht es wieder trotz Karma, Alter. Was sind denn alle so, was ist denn los mit denen? Okay. Und Prog. Aha. Schön. Okay. Okay. Der ist nicht ready mit dem Spread. Das nervt schon ein bisschen, ey. Muss ich sagen. Das nervt schon ein little bit. Aber naja. Also nix fehlt halt, weil der Deathbreak fehlt. Der Deathbreak fehlt halt und dadurch kriege ich halt nicht den Schaden durch, den ich brauche, um sowas halt gut wegzuklieben. Also sprich, also ich bin gezwungen, mindestens mit Bellenuss zu spielen. Ja gut, okay. Also ich will nix sagen, aber da passt halt absolut kein Bellenuss. Bellenuss rein. Da werde ich ja absolut nichts treffen, Mann. Weiß nicht. Das kommt jetzt gut aufs Tuning an. Du, eigentlich wollte ich die, alte Bann. Aber ich dachte mir, okay, wenn er einen durchlässt, kann ich auf jeden Fall einen snipen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Weiß noch nicht. Weiß noch nicht. Bin mir noch nicht so ganz sicher an der Stelle, muss ich sagen. Er ist schneller, ja. Schauen wir es. Oh, der wird den buffen, ne? Aber reicht das? Das ist die Frage. Also reicht das, damit der... Es reicht! Ach, nee. Aber Ron auch so Premium, ne? Was sowas angeht, auf alle Fälle, ey. Das ist halt schon... Richtig kacki, ey. Oh, was? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. John ist dran. Kennt ihr noch Schuh des Manitou? Wenn ich John höre, muss ich immer an Schuh des Manitou denken, Alter. Jedes Mal. Bin ich der Einzige so? Bin ich der Einzige? Der daran denken muss. Bitte resiste den Stun. Bitte resiste den Stun. Wann? Okay, also Acroma könnte es noch regeln. Acroma könnte es regeln. Könnte. Muss es aber nicht. Okay. Schade, kein Proc. Das ist immer der Vorteil. Ist kacke geil, was du da machst. Du kannst nur Schaden machen bei Acroma. Das ist das Einzige. Ja, Acroma, okay. Acroma hat es da geriegelt. Oh, das ist ein Ripp, Alter. Das ist so ein One-Shot-Shit, ey. Oh, nee. Der, wenn der schneller ist, was er schneller sein wird, weil er wird mir Sonja bannen. Meine Dings ist, mein, äh, Dings hier, der Ishiya ist Slow. Ah, wobei. Aber er bann mir den. Oh. Oh, der ist, sie ist halt auch nicht schnell. Also, der wird am schnellsten sein. Der wird einen pushen und zwar einen von dem. Dann wird er einen One-Shot-Shit. Das ist Ripp. 100 Pro. 100 Pro. Das ist halt so ein Speed-Contest, den ich halt wahrscheinlich nie eingehen werden kann. Den werde ich halt nicht eingehen können. Hm, okay. Und er freest sogar beide. Holy Shit, Alter. Holy Shit, Alter. Ah, krasse Kiste, ey. Okay. Acroma. Ja. Kriegen wir einen Spread. Ja. Kriegen wir einen Strip-Stun. Nope. Okay. Ist der jetzt schon wieder ready mit dem Freeze? Ah, nee. Okay. Aber ich bin mir sicher, dass die auf Trap ist. Nee? Okay. Hätte ich jetzt mit gerechnet. Jetzt kommt der Freeze wieder. Trifft wieder alle? Wow. Okay. Stun. Okay, das war jetzt funny. Okay. Wer ist da nah dran? Hey, Gang. Hm. Okay. Ich will eigentlich schon erstmal nur einen Stun haben. Kriege ich aber nicht. Die ist noch nicht ready. Ich dachte, die ist ready. Ist sie gar nicht. Aber er ist noch nicht ready jetzt wieder mit dem Freeze, oder? Nee. Okay. Ich dachte schon. Können wir nochmal einen... Ja. Reicht das? Please. Okay. Wir haben Stun. Nice. Können wir den natzen? Wow, der hätte sogar überlebt. Okay. Wow. Boah, das war aber jetzt tricky, dagegen zu spielen. Alter. Holy shit, ey. Das war... Ich weiß auch nicht, was er mit Zibala da gemacht hat. Warum hat der denn nicht einen seiner One-Shotter da irgendwie gedingstet? Also zumindest Faye. Aber naja, okay. Gut. Dann bin ich durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Tschau.